Hallo, willkommen zum Kapitel 6.2 Überwacht das Lernen Supervised Learning, wie es in der Fachsprache heißt. Was haben wir vor? Wir wollen uns jetzt die erste Kuppel an Algorithmen anschauen. Algorithmen, die uns helfen, einen lernenden Agenten zu bauen, wenn wir Daten und zugeordnete Zielgrößenwerte haben. Es gibt im Großen und Ganzen, wir haben es schon besprochen, drei Themenfelder, Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning. Wir befinden uns jetzt hier und wollen uns insbesondere anschauen, wie wir Modelle bauen können anhand von Input und Output, anstatt Daten zu gruppieren und zu interpretieren. Zum einen schauen wir uns jetzt als erstes an, was können wir für Algorithmen verwenden, wenn wir eine Zielgröße haben, die nominal ist. Das heißt, wenn wir Klassen vorhersagen wollen und uns dann anschauen, was können wir tun, wenn wir eine kontinuierliche Zielgröße haben. Klassifikationsprobleme oder Kategorien lernen hieß zu Beginn des Themenfeldes auch Konzept lernen, also Sie finden das auch unter anderen Begriffen. Es geht aber immer darum, dass wir etwas klassifizieren wollen, das heißt, eine Klasse zuordnen. Typische Anwendungsfälle sind Betrugserkennung, aber auch Vorhersage der Kreditwürdigkeit eines Kunden, eines Kreditkartennutzers, eines Käufers. Spamfiltering, typisches Klassifikationsproblem. Wir wollen vorhersagen, ist es Spam oder nicht. Recommender sind auch ein Klassifikationsproblem. Wir wollen vorhersagen, relevant oder nicht relevant, oder wollen sagen, in diesem Medienartikel geht es um das Thema X. Das heißt, wir wollen ein Thema, eine Themenkategorie zuordnen. Dann die Erkennung von Handschriften, Handwritten Letters, also auch ein typisches Klassifikationsproblem, ist das jetzt der Buchstabe A oder B beispielsweise. Aber auch die Anwendung im Kontext Raumfahrt, Astronomie. Also wir haben irgendwelche Sternbilder, wir haben irgendwelche Messwerte und wollen jetzt vorhersagen, ob das ein bestimmter Effekt ist, ob das ein bestimmter Stern ist, ob das irgendetwas Bestimmtes ist, was wir da im Weltall sehen, was für uns relevant ist. Das heißt, das Ziel ist es, anhand unserer Daten eine Funktion zu bauen, die unsere Zielgröße vorhersagt oder möglichst gut beschreibt. Wenn wir das Ganze zunächst einmal formalisieren, dann können wir es uns auch noch mal geometrisch später anschauen, was ist jetzt zu tun. Also wir haben eine Aufgabe in unserem Fall, hier mal als Beispiel-Case, wir wollen vorhersagen, ob ein Kunde ein Auto kauft oder nicht. Ja, der ist jetzt, wir haben irgendwelche Social Media Daten und wollen nicht wissen, ob wir dem Werbung anzeigen sollen für unser Porsche-Modell oder nicht. Oder wir haben einen Kunden, der in unserem Online-Shop unterwegs ist und wollen nicht wissen, ob wir dem die Reise A oder die Reise B verkaufen können oder oder. In unserem Fall haben wir jetzt verschiedene Autos, die haben verschiedene Merkmale, es ist wirklich nur eine Auswahl des rein hypothetischer Falles. In echt hätten sie nicht nur vier, da hätten sie tausende und das wäre erheblich komplizierter, aber ja, solche Untersuchungen gibt es. Und eine Instanz, das heißt hier eine Zeile, die besteht jetzt aus verschiedenen Attributen. Und jetzt, wichtig, aufgepasst, muss ich was klarstellen, das wurde bisher so auf der Tonspur in den vorherigen Kapiteln immer austauschbar verwendet. Und das ist nämlich das Thema Feature, Merkmal, gegenüber Attribut, Attribute, gegenüber Wert, Value. Beim Überwachten lernen, aber auch generell, wenn man von Features spricht, dann kann darunter zum einen Features im eigentlichen Sinne verstanden werden, aber auch Attribut. Ein Attribut ist die Spaltenbezeichnung, also ein mögliches Attribut, in unserem Fall wäre es Preis, Anzahl Türen. Jedes Attribut kann verschiedene Ausprägungen haben, bestimmte Werte, die eine Instanz annimmt. Dann spricht man von Werten oder Values. Die Kombination aus Attribut plus Value, die nennt man Feature. Das heißt, wenn jemand von Features spricht, meint er sowohl die Attribute als auch die zugeordneten Werte. Ganz, ganz viele Leute verwenden Attribute in Features, gleichbedeutend ist es aber im eigentlichen Sinne nicht und gerade beim Überwachten lernen, Stichwort Klassifikation, ist es wichtig, hier ein bisschen sauberer mit den Begrifflichkeiten umzugehen. Was wir jetzt haben, ist einmal das Attribut Preis, das kann die Werte Small, Medium und Hoch annehmen, High. Dann, ob die Wartung, wie teuer die ist, dann die Anzahl an Türen, die dieses Auto hat, so ist es ein Viertürer oder ein Zweitürer und ob der Kunde dieses Auto kauft oder nicht. In unserem Fall bei No Buy ist hier belegt mit, also ob das Modell anschlagen soll, positiv, oder ob es nicht anschlagen soll, negativ. Worum es jetzt geht, ist, dass wir eine Hypothese bauen wollen, die uns erlaubt, vorherzusagen, ob eine bestimmte Fahrzeugkonfiguration für den Kunden relevant ist oder nicht und ob er das Auto dann kauft. Ja, das ist unser Lärmproblem. Das ist meine Frage an Sie, hätten Sie Ideen für mögliche Hypothesen? Also was, wenn Sie sich das Ganze erstmal anschauen, was wäre Ihrer Meinung nach eine mögliche, sinnvolle Hypothese, die man hier nehmen könnte, um vorherzusagen, ob jemand kauft oder nicht. Ja, also ich habe Ihnen hier einfach mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel die Hypothese 1, wenn der Preis des Autos niedrig ist, dann kauft er. Also wir sehen hier Maintenance Cheap und Cheap und das sind genau auch die beiden Instanzen, wo die Klasse unserer Zielgröße beizeit positiv ist. Ich hätte aber noch eine andere Hypothese, das ist die hier. Maintenance, sorry, der Preis soll small sein. Ja, bin ich gerade verrutscht. Also der Preis soll small sein, ist beides mal bei. Eine andere Hypothese wäre, wenn Maintenance, also die Wartung, günstig ist und oder der Preis ebenfalls small ist. Schauen wir uns das an. Auch dieses Modell ist in beiden Fällen erfüllt. Ja, auch das ist korrekt. Das ist eine korrekte Hypothese. Dann haben wir noch die dritte Hypothese, wenn die Anzahl an Türen drei ist oder die Anzahl an Türen zwei ist. Dann schauen wir mal, Anzahl an Türen hier ist drei, Anzahl an Türen hier ist zwei, ist ein No-Buy. Also diese Hypothese ist zum Beispiel falsch. Ja, die ist nicht immer korrekt. Dann haben wir noch die Hypothese vier, die sagt, der Preis sollte klein sein. Okay, passt, beides mal bei. Und gleichzeitig sollte die Wartung günstig sein. So, also Sie sehen, das ist schon eine andere Aussage, als zu sagen, entweder oder. Und jetzt ist die ganz große, spannende Frage, welche dieser Hypothesen ist denn jetzt die Sinnvolle, die wir verwenden sollten. Und genau da macht Sinn, den Begriff des Hypothesenraums, des Hypotheses Base, einzuführen. Und um jetzt Hypothesen zu lernen oder Konzepte, wie es im Kontext Klassifikationen auch heißt in der Fachliteratur, können wir uns vor, kann man sich das geometrisch so vorstellen, dass jede unserer Hypothesen, hier habe ich sie mal eingezeichnet, die von gerade eben, einen Raum abdeckt, für den diese Hypothese gilt. Und diese Hypothese besteht aus verschiedenen Attributen und einer Spezifizierung von diesen Attributen. Und wenn wir jetzt mal schauen, beispielsweise die Hypothese 2 und 3, das war, wenn ich es noch richtig weiß, einmal dass die Wartung günstig oder der Preis klein sein soll und die Anzahl an Türen 3 oder die Anzahl an Türen 2 sein soll, gäbe es vielleicht eine Hypothese, die die beiden wiederum miteinander kombiniert. Und was wir jetzt suchen, ist eine Hypothese im Hypothesenraum, die in unserem Sinne optimal für unser Lernproblem oder für unser Task geeignet ist. genau, hier das Ganze nochmal entsprechend visual. So, es gibt jetzt natürlich mega viele Hypothesen, ich habe jetzt mal einfach frei, welche generiert. Und unser Ziel ist es jetzt, die Hypothese zu finden, die die Daten korrekt vorhersagt, also beispielsweise Hypothese 3 geht nicht, und auch neue Daten. Also wenn wir uns an die Tabelle erinnern, ja, da gab es ja, das ist unsere Tabelle, da haben wir ja nicht alle Daten hier auf der Slide gesehen, also es gibt ja jetzt hier, Punkt, Punkt, Punkt war da in der Mitte, hier hatten wir Daten, und da ist Enddaten, gibt es jetzt hier zwischendrin noch Daten, die haben wir gar nicht auf der Slide gesehen. Es kann jetzt aber auch sein, dass noch neue Daten hier unten, dass die noch mit dazukommen, ja, neue Fahrzeuge, Konfiguration. Und unser Ziel ist es, eine Hypothese zu finden, die die existierenden, hier und hier, die beiden vorhersagt, aber auch auf diesen beiden hier funktioniert. Also im besten Fall all unsere Daten korrekt vorhersagt. Wenn wir uns jetzt, ich mache das mal weg, das ist aber ein bisschen unglücklich hier, so, wenn wir uns jetzt mal die ID 42 anschauen, in unserem Datenset, steht da auf einmal bei einem Kunden mit der ID 42, bei einer Konfiguration mit der ID 42 der Preis small, aber in der Zielgröße auf einmal ein No-Buy. Das heißt, unsere super einfache Hypothese, die wir am Anfang hatten, einfach nur zu schauen, ist der Preis niedrig oder nicht, die versagt ist auf einmal bei dieser Konfiguration, ist also nicht mehr geeignet. Das heißt, das Ziel muss es sein, nicht nur eine einfache Hypothese zu bauen, sondern diese Hypothese sollte auch in der Lage sein, so generell, so allgemeingültig zu sein, dass sie auch neue Daten in unserem Training, aber auch in den Testdaten, korrekt vorhersagt. Und klar, einfach immer nur alles auswendig zu lernen und jetzt eine riesige Regel mit Und-Oder-Verknüpfung aufzubauen, das kann man machen, das ist eine absolut erlaubte Hypothese, aber ganz ehrlich, Sie sehen schon, dass dieses Modell, das ist kein geeignetes Modell, weil wir es wahrscheinlich dann nach jedem neuen Datenset neu anpassen müssen, weil es einfach auswendig lernen ist, weil es zu speziell ist. Wie können wir jetzt also ein Modell bauen, das möglichst generell ist, also das ein generelles Muster in unseren Daten widerspiegelt und das nicht die Daten auswendig gelernt hat? Und ein Ansatz ist, oder eine Annahme, die wir hier zunächst mal treffen, ist, wenn wir unser Modell auf einem Datenset trainieren, was nur hinreichend groß ist, also alle typischen Ausprägungen, typischen Vorkommnisse vernünftig abbildet, also ein Datenset, das so die wichtigsten Aspekte unseres Problems beinhaltet, kann unser Modell diese Aspekte, Musterzusammenhänge finden und lernen und dann auf neuen Daten korrekt anwenden. Das heißt, wenn Sie beispielsweise den Fall haben, dass Ihr Auto entweder den Schaden A oder den Schaden B haben kann, Sie aber nur auf dem Schaden A trainieren, dann kann Ihr Modell noch so viel, noch so cool sein, noch so clever sein, es wird den Schaden B nie korrekt vorhersagen. Deswegen ist es wichtig, dass Ihr Datenset groß genug ist, also dass genug Schaden A und Schaden B Fälle vorkommen und Ihr Modell dadurch dann die Möglichkeit hat, diese Muster, diese Themen zu lernen. Des Weiteren ist es wichtig, oder nehmen wir an, dass das Training und das Testset unabhängig voneinander gezogen werden. Jetzt wäre hier mal so ein erster einfacher Ansatz, dass wir sagen, okay, wir machen ein Learning bei Enumeration, so der erste naive Algorithmus, wir bauen jetzt einen Hypothesenraum, der ist riesengroß, da packen wir jede mögliche Kombination an Attributen und Werten rein, wir haben es ja vorher gesehen, machen den supergroß, alle möglichen Kombinationen und die erste Hypothese, die wir da drin finden, die dazu passt, die nehmen wir. Und sobald die verworfen wird, dann suchen wir weiter in dem Raum. Okay. Das scheint jetzt mal als erster Ansatz zu funktionieren, aber wirklich clever ist es nicht. Warum ist das so? Weil das super aufwendig ist. Also die Berechnung von allen Ausprägungen und Werten, Sie merken schon, ist ein ähnliches Problem wie bei einem Suchverfahren. Das ist Brute-Forcing, was wir hier tun. Das hilft uns nicht weiter. Ein Problem kommt noch dann hinzu, wenn wir jetzt eine Instanz haben, die vielleicht einen Messfehler hat oder uns fehlen bestimmte Attribute und dadurch kommt es dazu, dass die Zielgröße hier unterschiedliche Werte hat, dann würden wir das korrekte Modell verwerfen, um ein komplexeres aus dem Hypothesenraum zu ziehen, was wir gar nicht brüchten vielleicht, weil es eben einen Fehler in den Daten gab oder diese Daten, diese Information eben gar nicht abbilden können. also praktische Anwendungen von dem Ansatz eher niedrig. Stellen wir uns also die Frage, können wir diese Hypothesen, diese Konzepte nicht irgendwie besser lernen, effizienter lernen? Und auch wie hier, wie in den Kapiteln davor, hat sich die Forschung daran orientiert und auf sinnvolle Lösungen gefunden, wie Menschen Vorstellungen von der Welt lernen, wie wir Hypothesen bauen. Hunt hat das in seinem Konzept-Learning-System beschrieben und ausgeführt und die Idee ist jetzt, dass wir ein Modell bauen, ein möglichst generell, ein allgemeines Modell und das dann mit Hilfe von Divide and Conquer weiter verbessern. Also wir lernen allgemein als Menschen ein Auto, das hat vier Räder und es ist rot und dann sehen wir das erste blaue Auto und dann wissen Menschen trotzdem, das ist ein Auto, aber sie verbessern ihr Modell von dem Auto und sagen, okay, ein Auto hat vier Räder und kann verschiedene Farben haben. Und genau das ist der Ansatz, den wir bei unseren Klassifikationsalgorithmen auch verwenden wollen. Hinzu kommt oder ein geeignetes Modell dafür, das ist der sogenannte Entscheidungsbaum oder Baum und den wollen wir jetzt im ersten Schritt uns näher mal anschauen, wie wir solche Bäume bauen können, die dieses Konzept-Learning-System von Hand korrekt umsetzen und in der Lage sind, Hypothesen über die Welt zum einen zu verbessern und aber auch abzubilden. Das Ganze ist dann dieses Kapitel hier, Decision Trees, gehört zu den sogenannten Klassifikationsalgorithmen. Wir werden dann aber auch noch auf das Thema Hybride-Ansätze zu sprechen kommen und Regressionsalgorithmen und Hybriden sind dann eben eine Mischung aus Regression und Klassifikation. Was ist so ein Entscheidungsbaum? Wie kann man sich den vorstellen? Ein Entscheidungsbaum besteht aus Knoten, Ecken und Kanten und am Ende sind die Blätter, die die entsprechende Klasse repräsentieren. Also in unserem Fall hätten wir eine Wurzel und würden dann schauen, ist ein bestimmtes Attribut unter oder über einen Wert oder hat es einen bestimmten Wert und dann entsprechend die Kante hier lang gehen, würden dann hier wieder schauen, ob ein bestimmtes Attribut einen bestimmten Wert über oder unterschreitet und würden dann hier in dem Blatt unseres Baumes ankommen. Sie können sich das vorstellen wie damals im Biologieunterricht, vielleicht haben Sie das auch gehabt, diese kleinen Bücher, da geht man dann im Wald und sammelt irgendwelche Blätter und dann soll man die bestimmen und dann kann man schauen, okay, ist das Blatt größer oder kleiner, 5 cm, hat das Blatt die oder die Farbe und dann kommt irgendwie raus, was weiß ich, Ahorn oder so. Und diese Entscheidungsbäume, die funktionieren genauso. Solche Bäume wollen wir bauen. Geometrisch hat das natürlich auch, also das ist genau das Thema, ich würde gerne die Algorithmen auch immer, oder wie es halt geht, auch geometrisch kurz darstellen und mit ihnen besprechen, weil ich finde es deutlich anschaulicher, mir hat es als Student damals sehr viel mehr geholfen, zu verstehen, was da eigentlich passiert. Bei dem Entscheidungsbaum geht es eigentlich darum, dass diese einzelnen Abschnitte unseres Baums eigentlich hier diesen Hyper-Ebenen, diesen, oder dieser Trennung im Raum entsprechen. also was wir tun ist, als erstes zu schauen, ist x kleiner Alpha, das heißt, wir teilen den Raum, sehen das auf, hier eigentlich in zwei Hälften auf, und sehen, dass das schon eigentlich eine ganz gute Trennung ist, weil auf der linken Seite, die ist deutlich kleiner als die rechte Seite, sind aber schon sehr viel rote, und deswegen ist das schon eine ganz gute Möglichkeit zwischen roten und positiven den schwarzen zu unterscheiden. Was jetzt mit einer gewissen Unschärfe sogar schon ganz okay wäre, zu sagen, wenn x kleiner als, also nicht kleiner, wenn x größer ist als Alpha, also wenn wir dann auf der Seite hier sind, dann ist es fast sicher in ein schwarzer Punkt, ja, gut, es gibt hier noch die zwei roten, aber für den Moment wäre das schon mal ein ganz guter Guess. Wenn wir sagen, y ist größer als Beta, also unser Schwellwert hier, das heißt, wir bauen dann in die Richtung neue Trennung auf, dann würden wir schauen, okay, ist dieser Abschnitt hier, ich habe ihn rot markiert, also befindet sich der Punkt in diesem Abschnitt, dann ist das höchst wahrscheinlich ein roter Punkt, und befindet der sich in diesem Abschnitt hier, dann ist das höchst wahrscheinlich ein schwarzer Punkt, also das ist schon mal ein ganz gutes erstes Modell, ja, und so ein Entscheidungsbaum würde das dementsprechend widerspiegeln. Und das ist mit Divide and Conquer gemeint oder Top-Down Induction of Decision Trees, wir probieren den Raum erstmal ganz groß allgemein einzuteilen, also die ja, ziemlich offensichtlichen Trennlinien einzuzeichnen und uns dann nach und nach stückweise weiter im Raum vorzuarbeiten. Die große Frage ist jetzt aber natürlich, welche Gerade nimmt man? Was ist denn jetzt die bessere Gerade? Also ich habe hier mal zwei eingezeichnet, einmal Alpha und Alpha' bzw. Alpha' und Alpha' ist dann das alte Alpha und die große Frage ist jetzt, ist diese Gerade hier besser oder diese Gerade ist besser? Hier haben wir den Fall, dass wir die ganzen roten Punkte schon in einem Raum haben, das stimmt, das ist korrekt, das scheint erstmal gut zu sein. Bei dem hier ist es jetzt tatsächlich so, da haben wir noch ein paar Schwarze dabei, aber es sind nicht ganz so viel Schwarze wie hier, also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schwarze, hier dagegen sind noch 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13 Schwarze mit im Raum. Also dieser Raum ist deutlich röter als der Raum hier. Das Problem ist aber wiederum, dass wir hier ein paar rote verlieren und die in diesen schwarzen Raum mit reinstecken. Und die ganz große Frage ist, Sie ahnen schon, es scheint ja da irgendwie ein Trade-off zu geben, wo man jetzt diese gerade einzeichnet, wie zeichnet man die ein? Und ein mögliches Maß oder vor allem ein Maß, was man da verwendet, ist die Reinheit des Datensets. Ich habe es schon auf der Tonspur ein bisschen gesagt. Und um diese Reinheit zu messen, also wie rot oder wie schwarz ist jetzt dieser Abschnitt des Raumes, den wir hier aufbauen, das ist die Entropie. Und die Entropie berechnet sich wie folgt, wir besprechen die jetzt, was das eigentlich ist. Also die Entropie ist das Maß, um Chaos oder Unordnung in einem System zu messen, in der Informatik, haben Sie das vielleicht schon mal gehört, im Kontext Elektrotechnik, Informationstechnik. Oder in der Thermodynamik, wenn Sie Wirtschaftsingenieur sind. Und es bezieht sich da immer auf die Unordnung von einem System oder die Verteilung von irgendwelchen Temperaturgas Gemischen. Und damit kann man jetzt messen, wie unterschiedlich oder wie rein dieses Gemisch oder dieses Datenset ist. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie so einen Kirsch-Banane- Getränk haben, Kiba, wie das heißt, und das ist möglichst rein, wenn Sie noch erkennen, dass es ein Kiba ist. Also oben Kirsche, unten Banane ist es, glaube ich. Und wenn Sie jetzt aber da mit Ihrem Löffel reingehen und das Ganze verrühren, dann geht die Unreinheit hoch, es wird chaotischer, weil Sie nicht mehr unterscheiden können zwischen Gelb und Rot. Das Getränk ist völlig vermischt. Es gibt keine Möglichkeit mehr, das zu unterscheiden. und ein Maß dafür, wie gut ihr Kiba jetzt ist, beziehungsweise wie rein ihr Raum ist, ist eben diese Entropie. Und wenn wir jetzt den Fall haben, dass wir ein Kiba haben, also nur zwei Klassen, dann ist die wie folgt definiert, kann dann aber auch noch verallgemeinert werden zu einer höheren Anzahl von Ausprägungen einer Klasse. Und die Entropie ist dann natürlich am höchsten, wenn wir gleich viel von der Klasse A und der gleich viel von der Klasse B haben. Also wenn wir das Kiba völlig verrührt haben, dann ist in jedem Abschnitt des Glases gleich viel Kirsch wie Bananensaft. Dann ist die Entropie maximal. Wenn wir den Fall haben, dass wir nur eine Klasse haben, also in unserem Glas nur Kirschsaft, dann wären Bananensaft waren, dann wäre es vollkommen rein, das heißt die Entropie wäre null. Genau, also Entropie können Sie sich vorstellen wie ein Maß für die Reinheit der zwei Datenabschnitte, die Sie erzeugen. Wenn Sie mehrere Klassen haben, also nicht nur rote und schwarze, sondern vielleicht noch blaue Punkte, dann können Sie es mit der generellen Entropie Formel berechnen, ansonsten mit der binären Entropie Formel von Gerade E. Und mit der Entropie können wir uns jetzt ausrechnen, wie gut unser Split ist, weil wir haben besprochen, Top-Down Induction of Decision Trees, also Divide and Conquer, wir wollen jetzt probieren, den ersten Split möglichst gut zu machen, also dass unser Datenset schon in zwei Sets aufteilt, wo in dem einen möglichst viele rote und in dem anderen möglichst viele schwarze Punkte sind. Und ein Maß, um jetzt zu beurteilen, wie gut uns das gelungen ist, das ist entweder die Genie-Reinheit oder der Information Gain, weil diese beiden Maße beschreiben im Grunde, ob unser Split dafür gesorgt hat, dass unser Datenset, ob die beiden Datensets reiner geworden sind, also getrennter oder nicht. Also in unserem Fall würden wir hier, wenn unser Datenset splitten und würden dann schauen, ist die Entropie ohne Split, abzüglich der Entropie mit Split, ist die höher oder niedriger. Genauso gut könnte man auch die Genie-Reinheit ausrechnen, sind beides zulässige Maße im beiden Fall. Schauen wir uns mal an, was würde passieren. Würden wir, wenn wir wieder auf unser Datenset von gerade zu sprechen ob dieser Split besser oder schlechter ist als die anderen Splits. In unserem Fall haben wir jetzt mal 34 Instanzen, das sind diese 34 Datenpunkte, wir hätten 15, wenn ich richtig gezählt habe, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 15 schwarze, genau, und wir hätten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, Ohne diese Trennlinie hier, die wäre bei 0,989. Wenn wir jetzt diese Trennlinie hier einzeichnen würden, den Raum also in diese beiden Teile aufteilen würden, hätten wir auf der linken Seite 17 Instanzen, 13 schwarze, 4 rote, das wären diese 4 roten hier, und auf der rechten Seite hätten wir nur noch 2 schwarze, das wären die hier, und diese 15 rote, die hier zu sehen sind. Das heißt, wir hätten einmal eine Entropie von 0,78 im linken und 0,52 im rechten, könnten dann die Entropie der beiden Sets ausrechnen, indem wir die entsprechend gewichten mit den 17, also 17 34 mal die Entropie plus 17 34 mal die Entropie und kämen dann auf eine mittlere Entropie von 0,65 und würden sehen jetzt schon, dass die Entropie gesunken ist, Überraschung, und hätten dann einen Informationsgewinn durch diesen Split von 0,34 Jetzt könnte man aber genauso gut auch so eine Linie durchziehen, da würden wir das Ganze genauso wie eben wieder berechnen und kämen dann auf einen entsprechenden Informationsgewinn von 0,98 und 0,83 das sind die entsprechenden Populationen genau und hätten dann hier den Fall dass wir in dem oberen Set also hier das wären 1,2,3,4,5,6,7,8,9 also 9 zwölftel schwarze und 3 zwölftel rote also einen Gewinn von 0,8,11 äh eine Entropie von 0,8,11 und hätten dann hier den Fall dass wir eben 6 schwarze hätten und 16 rote dann eine Entropie von 0,8,45 würden das Ganze dann wieder entsprechend gewichten und von unserer Gesamtentropie abziehen und kämen dann auf eine Entropie von 0,8,33 also einen kleineren Gewinn wir könnten das Ding jetzt einfach auch nochmal verschieben könnten die ganzen roten beispielsweise in ein Set packen könnten dann wieder unsere Entropie ausrechnen und so Stück für Stück eben die bestmöglichste Trenngerade für unseren Raum finden das Ganze würde man dann wiederholen das heißt wenn wir eine möglichst gute Gerade gefunden haben würden wir jetzt diese beiden Räume die entstanden sind in unserem Fall würden wir es hier nur den unteren anschauen weil der ist schon komplett rein würde man den jetzt wieder so behandeln wie neues Datenset und auch hier wieder probieren eine bestmöglichste Gerade durch den Raum zu legen also wenn wir wieder an unseren Entscheidungsbaum denken ja hätten wir jetzt hier unseren Wurzelknoten hier jetzt einen neuen Knoten zu bauen und das Ganze macht man dann so lang entweder bis ein Abbruchkriterium erfüllt ist oder bis wir sagen der Raum hat eine bestimmte Reinheit erreicht die für uns okay ist und somit hätten wir nach und nach einen Entscheidungsbaum aufgebaut ich habe es hier geometrisch illustriert hier rechts sehen wir den entsprechenden Entscheidungsbaum der unsere Zielgröße optimal hinsichtlich der Entropie vorhersagt schauen wir uns das Ganze mal an wie wir den nochmal lesen also wir haben das Attribut x2 wir schauen uns an ist das größer oder kleiner 0,7 wenn das größer 0,7 ist dann ist es direkt die schwarze Klasse das passt ist es kleiner gehen wir hier diese Kante entlang und haben dann praktisch diesen unteren Raum hier schauen uns dann an ist x1 kleiner 0,5 oder ist es größer 0,5 wenn es größer 0,5 ist easy dann ist es was rotes und dann haben wir zu guter Letzt noch diesen kleinen Raum hier und den teilen wir wieder weiter auf schauen uns an ist das größer oder kleiner 0,35 wenn es kleiner 0,35 ist dann sind wir hier unten da ist alles rot und entsprechend hier ist alles schwarz und das ist wie Entscheidungsbäume gebaut werden es gibt verschiedene Kriterien um diese Splits zu nehmen manchmal ist das eine besser manchmal ist das andere besser Sie können das hier als Parameter mit übergeben an die Decision Tree Classifier Funktion Sie können auch sagen der Baum soll nur eine bestimmte Tiefe haben weil und nicht mehr generalisiert und das ist im Grunde genommen schon das ganze Hexenwerk Sie können das Straightforward in Python bauen sind zwei Zeilen Code einmal hier den Decision Tree Classifier können hier noch ein Seed setzen damit Sie Ergebnisse vergleichen können und können dann die Trainingsdaten und die Zielgröße in ihren Trainingsdaten als getrennte Datensets übergeben bekommen dann ein Classifier Modell und dieses Classifier Modell können Sie mit der Predict Methode nutzen um ihre Testdaten vorherzusagen Es Es gibt in Python auch die Möglichkeit sich die Entscheidungsbäume direkt plotten zu lassen also das was wir so manuell aufgemalt haben auf den Slides das geht mit der Plot Tree Funktion und dann bekommen Sie die entsprechenden Knoten und Kanten und Blätter wie wir es gewohnt sind Sie finden den ganzen Code den Sie auch hier auf den Folien sehen und den ich hier auf die Slides gepackt habe auch natürlich im GitHub Repository da können Sie sich das einfach runterziehen und da sind die ganzen Code Beispiele drin ausprobieren ausführen ist eigentlich kein Hexenwerk Ich habe Ihnen hier nochmal ein bisschen ausführlicheren Entscheidungsbau mitgebracht den man vielleicht dann eher in der Praxis verwenden würde und hier entsprechend dann dazu die Visualisierung oder das Decision Surface das war die grafische oder geometrische Interpretation von dem Baum den wir besprochen haben und wenn Sie sich das Ganze ausgeben lassen wollen das geht mit Scikit Learn das sind die ganzen Plot Funktionen mit vorhanden ich habe Ihnen hier den User Guide dazu nochmal verlinkt ich finde solche Entscheidungsbäume sind eine super Methode kommen mit denen sehr sehr gut klar ich finde das ist auch gerade wenn man mit den Fachbereichen mit den Anwendern von ihrer anwendung zusammensetzt und denen erklären will warum die KI welche Entscheidung trifft ein wunderbarer Modelltyp weil die kann man einfach ausdrucken wenn die Daten nicht zu komplex und groß sind und kann hier mit denen einfach die Entscheidung des Computers praktisch gemeinsam durchgehen nachvollziehen und ich finde es auf jeden Fall es kommt auf die Datenmenge und die Größe an aber ein sehr schönes Beispiel für eine sehr hohe Understandability also ein sehr hohes Verständnis also ich finde das ist eine KI Methode die sehr gut nachvollziehbar ist hier noch ein paar weitere sinnvolle Parameter und Funktionen die sie vielleicht gebrauchen können hier der Decision Path ist zum Beispiel ganz nett wenn sie sich ausgeben lassen wollen welchen Weg ihre KI durch den Baum genommen hat oder wie tief ihr Baum ist oder wie viele Blätter er hat eine weitere Methode im Kontext Klassifikation ist der K Nearest Neighbor Ansatz da geht es jetzt darum dass wir ein Objekt ein neues Objekt anhand seiner nächsten Nachbarn der K nächsten Nachbarn klassifizieren wollen also die ist zu sagen okay wenn hier ein neues Objekt reinkommt dann schauen wir uns an welchen Typ haben denn die anderen Objekte in der Nähe und klassifizieren dann dieses Objekt entsprechend der nächsten Nachbarn das Ganze kann man sich sehr gut vorstellen oder wird eigentlich deutlicher wie das Ganze funktioniert wenn wir uns ein sogenanntes Voroneu Diagramm anschauen das Voroneu Diagramm ist die geometrische Repräsentation von so einer Distanzmatrix die hinter diesem KNN Algorithmus steckt die Idee ist wir haben hier unsere verschiedenen Punkte im Raum und wir schauen uns dann immer an praktisch was ist denn der Bereich wo neue Punkte diesem Punkt am nächsten sind das Ganze kann man ausrechnen das Ganze nennt sich Distanzmatrix aber die grafische Repräsentation der Distanzmatrix finde ich ist deutlich anschaulicher um zu verstehen was nämlich passiert wir rechnen uns jetzt aus welcher Bereich gehört diesem Punkt da ist kein Punkt mehr als der entsprechende eigene Punkt und können dann direkt sagen also wenn jetzt hier was Neues reinkommt dann hat es den gleichen Typ wie dieser Punkt hier wenn wir jetzt sagen K ist gleich 1 der spannende Punkt ist also bei diesen KMN Ansätzen die sogenannte Distanzmatrix und die berechnet sich wie folgt wir rechnen uns von jedem einzelnen Punkt die Distanz zu den anderen Punkten aus und können dann mithilfe dieser Distanzmatrix neue Punkte labeln indem wir schauen was ist der nächste Punkt zu diesen entsprechend neu hinzugekommenen Datenobjekt in Python gibt es die Implementierung von diesem KMN Classifier der heißt KMN Imputer den können sie nutzen sie müssen dann eben entsprechend ihre Daten als Liste übergeben und können sich dann auch die Distanzmatrix direkt ausgeben lassen ein wichtiger Punkt an der ganzen Geschichte ist immer so ein bisschen wie man jetzt die Distanz ausrechnet wir sind jetzt in unserem Beispiel geometrisch vorgegangen also wenn eine euclidische Distanz verwendet es gibt noch sehr viel weitere Möglichkeiten Distanzen auszurechnen das ist ein Thema für sich da würde ich gerne später zu sprechen kommen im Kontext Clustering also Segmentierung auf Deutsch ich möchte aber in dem Moment dass sie das einfach im Hinterkopf behalten dass es hier durchaus verschiedene Möglichkeiten gibt die Distanz in einem Raum zu definieren im weiteren sehr bekannter Klassifikationsansatz sind Support Vector Maschinen die werden hauptsächlich für binäre Klassifizierung verwendet und die Idee ist eine Hyper Ebene durch den Raum zu ziehen so wie hier oder wie hier oder wie hier die unseren Raum in zwei sinnvolle mögliche Abschnitte einteilt und wenn wir jetzt über diese Linie diese Hyper Ebene sprechen dann heißt das also Hyper Ebene heißt immer dass in dem Fall jetzt dass es eine Dimension kleiner ist als das eigentliche Datenset also wenn wir ein zweidimensional Datenset haben ist das eine Linie wenn wir ein dreidimensionales Datenset haben wäre es dann eine Ebene und die Idee ist jetzt dass wir unsere Daten trennen wollen in zwei Räume so wie wir es vorher schon beim Entscheidung Baum gemacht haben aber durch eine einzelne Gerade also wir wollen jetzt nicht mehr hier so mehrere Geraden durchziehen sondern wir wollen eine einzelne Gerade bauen die unseren Raum aufteilt und unsere Klassen trennt und das Problem ist jetzt aber wie hier oben dass das eigentlich nicht funktioniert also hier das geht nicht und deswegen macht man bei den Hyper-Ebenen den sogenannten Kernel-Trick und die Idee dahinter ist dass wir unseren Raum in einen höher dimensionalen Raum überführen also neue Merkmale mit dazunehmen wir haben das schon im Kontext Fluch der Dimensionalität besprochen was jetzt hier passiert und das machen wir so lange bis wir in der Lage sind eine Hyper-Ebene zu definieren zu bauen die unseren Raum sauber trennt und dann in einem nächsten Schritt unseren Raum wieder rücktransformieren in einen niederdimensionalen Raum das Problem an der ganzen Sache ist sie ahnen schon dass wir dafür einen sehr hohen Rechenaufwand brauchen der bei der Vergrößerung der Dimension natürlich selbstverständlich passiert und dass wir eine vielleicht nicht so intuitiv interpretierbare vielleicht sogar eine nutzlose Hyper-Ebene bekommen die für uns nicht interpretierbar ist oder mit der wir nichts anfangen können aber diese Support-Vektor-Maschinen funktionieren gut und sind sehr mächtige Modelle gerade im Kontext wenn wir eine Klassifikation mit binärer Zielgröße haben ich habe Ihnen das hier auch noch mal grafisch dargestellt das ist von scikit-learn es gibt jetzt verschiedene Körnerfunktionen um diese Transformation durchzuführen wir sehen jetzt hier beispielsweise die Radial Basis Function wir können aber auch einfach nur eine lineare oder eine polynomiale Kernfunktion nehmen es gibt hier wieder sehr viele Kernfunktionen die wir nehmen können die auch verschiedene Vor- und Nachteile haben Sie können die alle ausprobieren als Support Vector Maschinen die sind in Python im scikit-learn Paket mit dabei die wichtigsten sind auch hier implementiert und ansonsten würde ich sagen probieren Sie es einfach mal aus zu guter Letzt kommen wir auf das Thema zu sprechen wir haben es verschiedene Algorithmen schon mal angeschaut wie können wir denn jetzt wissen welcher besser ist wie können wir die denn vergleichen und eine Möglichkeit um verschiedene Klassifikationsalgorithmen zu vergleichen ist eine sogenannte Klassifikations Akkuratheit zu berechnen und das ist der Anteil der korrekt vorhergesagten Instanzen hier mit dem Hinweis natürlich auf einem unabhängigen Testdatenset ein anderes Maß wäre aber zum Beispiel auch zu schauen wie lang braucht denn der Algorithmus um zu trainieren oder genauso gut wie effizient oder wie lang braucht denn der Algorithmus um unsere Zielgröße vorherzusagen es gibt also Stichwort Performance Measher ist nicht immer ganz so leicht gerade die das Training Time die kann sehr sehr teuer sein wenn man das auf irgendwelchen Amazon Cloud Instanzen macht und wir ein Modell haben was irgendwie ständig aktualisiert werden muss und das sehr lange braucht und sehr viel Geld kostet dann kann ein anderes Modell besser sein was vielleicht nicht so gut vorhersagt aber schneller trainiert wir wollen jetzt aber diese ganzen anderen Aspekte für den Moment mal außer Acht lassen und uns anschauen wie können wir denn eine Genauigkeit berechnen wie gut ein Modell ist und das tut man im Klassifikationsfall normalerweise mit sogenannten Konfusionsmatrizen Confusionmatrix und die Idee dahinter ist dass wir unsere Klasse dass wir die Werte unserer Zielgröße mit den vorhergesagten Werten vergleichen in unserem Fall nehmen wir mal wir hätten eine einfache Zielgröße die ist True oder False also 1 oder 0 dann würde die Konfusionsmatrix hier wie folgt aussehen die kann auch ganz anders aussehen zeige ich Ihnen gleich wenn wir mehrere Klassen haben und dann unterscheidet man zwischen True Positives False Positives False Negatives und True Negatives also was ist das Ganze die True Positives das sind die wo die Klasse 1 ist positiv und unser Modell auch 1 vorhergesagt hat die True Negatives sind die wo unser Modell 0 vorhergesagt hat und die auch tatsächlich 0 sind also die negativ und auch negativ sind das heißt wenn Sie berechnen wollen wie gut Ihr Modell ist dann müssen Sie einfach die ganzen grünen zusammenzählen und durch die Gesamtanzahl der Vorhersagen teilen und genau das ist die Accuracy dann gibt es dann gibt es den Fall dass Ihr Modell positiv vorhersagt aber die eigentliche Klasse negativ ist also sie sagt 1 vorher aber die eigentliche echte Klasse ist 0 da haben wir sogenannte False Positives oder entsprechend andersrum sogenannte False Negatives Sie können dann jetzt die sogenannte Precision ausrechnen das ist also wie genau Ihr Modell vorhersagt indem Sie die Positives also die Werte die positiv gelabelt wurden durch die Anzahl an Positives plus False Positives teilen also Ihre Spam KIs angeschlagen und hat 10 E-Mails als Spam klassifiziert und 5 weitere oder 5 davon auch als Spam aber die sind kein Spam dann würden Sie 10 durch 10 plus 5 rechnen um die Precision zu bestimmen es gibt dann noch den Recall das heißt wie viel der Spam E-Mails hat Ihr Modell beispielsweise gefunden oder wie viel der vorhergesagten identifizierten sind tatsächlich identifiziert haben tatsächlich diese Eigenschaft und das geht indem Sie die True Positives durch die True Positives plus die False Negatives teilen schauen wir uns das ganze mal an einem konkreten Beispiel an wir haben ein Modell eine Bilderkennung KI die uns sagen soll ob auf dem Auto ein Taycan ein 911er oder ein 718er zu sehen ist dann wären die True Positives und unsere Zielgröße ist jetzt vorherzusagen ob es ein Teil kann ist oder nicht dann wären die True Positives diese 4 hier die True Negatives die hier und die False Negatives und die False Positives entsprechen diese beiden hier und dann könnten wir straightforward die Accuracy unseres Modells ausrechnen indem wir die True Positives also diese 4 plus die True Negatives diese 13 durch die Gesamtanzahl an Werten teilen und hätten hier dann eine Accuracy von knapp 70% Sie müssen das natürlich nicht von Hand machen in Scikit Learn gibt es das Ganze natürlich wieder implementiert ready to go es geht mithilfe der Confusion Matrix Helper Funktion ich habe Ihnen hier wieder mal ein Programmier Code Beispiel einfach mit dazu gepackt damit Sie das selber für sich ausprobieren können so jetzt wissen wir wie wir die Leistung von so einem Klassifikationsmodell beurteilen aber jetzt hat man da natürlich Stichwort Entscheidungsbaum maximale Tiefe maximale Anzahl an Blättern und so weiter verschiedene Einstellungsmöglichkeiten es kann bei der logistischen Regression der Threshold sein kommen wir noch drauf auf logistische Regression aber bei kein N zum Beispiel die Anzahl an Nachbarn die wir verwenden beim Entscheidungsbaum die Tiefe ich habe schon gesagt also es gibt sehr viele Hyperparameter die wir hier verwenden können und die Frage ist jetzt welche Parametrisierung ist am besten welches Modell ist am besten um die Klassifikationsmodelle jetzt also beurteilen zu können arbeitet man mit so einer sogenannten ROCK-Kurve das steht für Receiver Operating Characteristics und das ist ein absolut gängiges Maß oder eine gängige Visualisierung um jetzt zu beurteilen wie gut eine bestimmte Ausprägung von einem Algorithmus ist das heißt was man tut ist jetzt für jeden möglichen Parameterwert die relativen Häufigkeitsverteilung also die richtig Positivrate und die falsch Positivrate aufzutragen auf einer Achse und dann zu schauen wie groß ist diese Fläche die zwischen einem Durchschnittsmodell und dem tatsächlichen Modell entsteht das ideale Modell würde eben entsprechend hier ganz in der Ecke sein dann würde diese Fläche hier maximal werden die meisten Modelle oder normalerweise sehen die Kurven so aus auch wie es hier zu sehen ist auf dem Plot dass die hier Abschnitte gibt wo die näher sind an der blauen gestrichelten und Abschnitte wo die ein bisschen weit ist und was man dann eben macht ist diese Fläche unter der Kurve direkt auszurechnen Sie müssen das jetzt nicht selber tun keine Sorge Scikit-Learn hat das für Sie fertig nutzbar schon vorhanden in Petto aber was Sie dann tun müssen ist die verschiedenen Rockkurven zu plotten und anzuschauen und dann eben zu gucken welche Vor- und Nachteile hat eben ihr entsprechendes Modell Diese blaue ist wie gesagt ein Zufallsprozess werte ganz nah an dieser blauen Linie heißt dass das hier eigentlich Raten ist nah an Zufall je weiter weg Sie von dieser blauen gestrichelten Kurve sind umso besser und umso größer wird auch die Area Under the Curve Hier ist der entsprechende Python-Code für Sie mit dabei ready to use und mit Rock Aug Score können Sie sich sogar gleich den Wert direkt ausgeben lassen ohne sich die Grafik aufmachen zu müssen und rein zu schauen Jetzt haben wir über das Thema Klassifikation gesprochen eng damit verbunden ist das sogenannte Regressionsproblem das Regressionsproblem ist Ihnen wahrscheinlich schon ein Begriff ich möchte jetzt auch nicht allzu viel über Regression reden und das herleiten das ist eigentlich Bachelor Statistik 1 Stoff ich möchte es jetzt eher nutzen die folgenden Abschnitte um Regression in den Kontext Maschinelles Lernen in den Kontext Supervised Learning einzuordnen worum geht es bei der Regression die Regression ist eigentlich fast das gleiche wie die Klassifikation wir haben wieder Daten und wollen denen eine Zielgröße zuordnen aber unsere Zielgröße ist jetzt keine Klasse mehr sondern das ist eine kontinuierliche Größe und typische Anwendungsfälle sind Score Berechnung ja ein Betrugscore ein Kreditwürdigkeitsscore immer im Finance und Banking ist das Regression eine super häufige Methode weil irgendwelche Scores berechnet werden die ihnen dann helfen oder eben nicht und sie bekommen dann eben einen Kredit zu bestimmten Konditionen oder eben aber nicht ein weiterer Anwendungsfall ist auch den Wert von Aktien oder Finanzprodukten oder Stock Prices einzuordnen aber auch so Dinge vorherzusagen die kontinuierlich sind wie Einkommen Alter Größe und so weiter die typische Regression die Sie wahrscheinlich auch schon kennengelernt haben im Studium ist die lineare Regression bei der linearen Regression geht es darum eine lineare Regressionsgerade in einen Raum zu legen mit einem Merkmal und einer Zielgröße und dann die Gerade zu finden die den Abstand zwischen den Punkten also den tatsächlichen und den geschätzten Wert möglichst klein werden lässt da gibt es dann verschiedene Verfahren entweder sie machen das über Maximum Likelihood oder kleinste Quadrate Schätzer und bekommen dann eben hier eine Gerade die Sie dann auch nutzen können um neue Punkte vorherzusagen aber auch den Abstand zwischen ihren Punkten die eben möglichst klein ist das Ganze nennt man auch univariate Regression es kann es natürlich sein dass sie nicht nur einen Prädiktor haben sondern mehrere dann spricht man auch von der sogenannten multivariaten regression das Vorgehen ist aber immer genau das gleiche es gibt dann verschiedene Regressionsmodelle also Kurven oder Geraden die man in den Raum legen will es gibt einmal Exponentialfunktion logarithmisch polynomial und und so weiter eine besondere Anwendung davon ist die sogenannte logistische Regression weil die logistische Regression verfolgt jetzt die Idee dass die Werte die vorhergesagt werden anhand einer anhand einem Threshold einer von beiden Klassen zugeordnet werden also die Idee ist jetzt zu sagen wenn einen ich zeichne das mal ein wenn als Ergebnis ihrer Regression also als kontinuierlicher Wert größer gleich 0,5 wenn da was größer gleich 0,5 rauskommt dann wird das Ganze die Klasse Rot beispielsweise und wenn da was Kleineres rauskommt dann wird das die Klasse Schwarz und das erlaubt uns sozusagen ein Regressionsmodell zu bauen mit denen wir auch Klassen vorhersagen können wie beurteilen wir jetzt wie gut oder schlecht ein Regressionsmodell ist gibt es auch wieder verschiedene typische Maße die bekanntesten ist wahrscheinlich Mean Absolute Error Mean Squared Error gibt aber davon auch noch mal jede Menge Varianten ganz ganz wichtig ist bei der Regression verwechseln sie nicht Fehler rate und Loss Function Loss Function misst den Fehler zwischen ihrer Zielgröße und den vorhergesagten Wert während die Fehlerrate ist wo sehen wir es hier die ihn angibt wie viel falsch liegen dann wie ist jetzt der Bezug zu Entscheidungsbäumen das kommen wir auch schon auf das Thema Hybride Verfahren zu sprechen mit der logistischen Regression ging schon los wir können oder die Idee ist wir könnten das was eine Regression macht ja eigentlich auch theoretisch mit einem Entscheidungsbaum hinbekommen wir haben ja bei der Regression gesehen wir nutzen eine Regression ziehen irgendeine Gerade oder auch eine Polynominale Funktion was weiß ich auch immer durch und die erlaubt uns dann kontinuierliche Werte vorherzusagen aber warum können wir nicht einfach einen Entscheidungsbaum bauen und in die Blätter kontinuierliche Werte packen wie funktioniert das Ganze es sind sogenannte Recression Trees funktionieren wie Entscheidungsbäume nur dass wir jetzt hier unten keine Klassen mehr haben sondern Zahlen ja ja ich weiß es ist ein bisschen spitzfindig es sind keine absoluten Kommazahlen also wir haben bisher kein Blatt mit 3,51 3,52 3,52 aber all unsere kontinuierlichen Werte der Zielgröße nämlich die Anzahl an Defekten die bilden unsere Blätter hier ja korrekt ab und genau das ist die Idee von einem Regression Tree wir bauen uns nach und nach einen Entscheidungsbaum auf und schreiben dann in die Blätter einfach den Mittelwert von dieser Klasse entsprechend rein oder wenn möglich wenn die alle gleich sind sogar den häufigsten Wert kann man auch machen den Modus und geben das dann in unsere Blätter und können dann wiederum auch Entscheidungsbäume die eigentlich ein Klassifikationsverfahren sind nutzen um auch kontinuierliche Werte vorherzusagen mit einer gewissen Fehlerabweichung wobei es sich zeigt wenn man nur den Baum nur tief genug werden lässt und beliebig viele Blätter zulässt man auch tatsächlich polynomiale Funktionen wie hier annähern kann durch einen Entscheidungsbaum hier sehen Sie den entsprechenden Python-Code dazu wenn Sie es für sich ausprobieren wollen und ansonsten einfach der Hinweis es gibt auch Algorithmen die beides miteinander kombinieren was man jetzt auch noch machen kann ist man kann ja nicht einfach nur noch eine Erweiterung von dem Ganzen die entsprechenden Werte in die Blätter schreiben sondern man kann Entscheidungsbäume auch nochmal erweitern und sogenannte Model Trees bauen die nicht einfach irgendwelche kontinuierlichen Werte oder Klassen in den Blättern haben sondern die Regressions- oder Klassifikationsmodelle in den Blättern haben das heißt das heißt wir speichern unsere Funktionen unsere wir haben ja gesagt Maschinen das Lernen geht um Funktionen zu bilden die unsere Zielgröße möglichst gut abbilden man speichert dann verschiedene Subfunktionen die für einen bestimmten Teilbereich richtig gut funktionieren in dem entsprechenden Baum ab und dann bekommt man sogenannte Model Trees zu guter Letzt noch ein Hinweis neben den Model Trees gibt es noch sehr viel weitere Möglichkeiten die Güte von so einem Modell sei es Hybrid sei es Regressions und Klassifikation zu beurteilen ich empfehle an der Stelle immer werfen Sie unbedingt einen Blick in den User Guide auf Scikit-Learn da finden Sie die einfach auch nochmal super erklärt die entsprechenden Python-Methoden dazu und es gibt keine bessere Übung als was sowohl handschriftlich mal durchzurechnen und dann in Python-Code entsprechend auszuführen zu guter Letzt habe ich für Sie jetzt noch eine kleine Aufgabe einfach nochmal um zu prüfen ob Sie das Thema Entscheidungsbaum grundsätzlich mal verstanden haben wir haben dieses Datenset hier und Ihre Aufgabe ist es jetzt einen Entscheidungsbaum zu konstruieren zu bauen der die Zielgröße Kauf nicht Kauf vorhersagt und möglichst wenig Blätter hat Sie können das Ganze auch in Python direkt ausprobieren mit dem Decision Declassify hier nochmal für Sie als Hinweis also probieren Sie eins von beiden aus im Optimalfall sowohl handschriftlich als auch in Python direkt und ansonsten sehen wir uns im nächsten Kapitel gleich wieder Model Tuning Combination and Selection wir wollen uns anschauen wir haben jetzt gelernt wie wir Modelle bauen wie können wir unsere Modelle besser machen schneller machen klüger machen es bleibt also spannend bis dahin Abonniert bis dahin